Am 21. Juli veranstaltete Bruce Springsteen mit seiner E-Street-Band ein Konzert vor 80.000 Menschen auf dem Hockenheimring. Jedoch beschwerten sich zahlreiche Besucher über die schlechte Organisation bei der An- und Abreise. Das Konzert begann verspätet aufgrund eines Verkehrschaos bei der Anreise. Auf Social Media kritisierten Fans die 25 Euro teuren Parktickets und die weite Entfernung vom Parkplatz zum Veranstaltungsort, die sie mühsam zurücklegen mussten. Einige Besucher zahlten sogar 37,50 Euro für die Parktickets, ohne vorab darüber informiert worden zu sein. Der Veranstalter jedoch scheint die Beschwerden zu ignorieren. Im selben Jahr wurden auch Schauspieler Richard Gere und Patrick Duffy geboren.